ja servus leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge ls 19 hier auf der campagne auf francs wir wollen heute gucken dass wir natürlich hallo muss bedienen ich kann ja ich konnte gerade irgendwie den frontlater spielen keine ahnung egal wir wollen heute die wolle verkaufen wolle verkauf steht an hatten wir in der letzten folge noch aufgeladen wir werden den wagen den ballenwagen wahrscheinlich verkaufen dann davon gehe ich mal aus und ja die wolle müssen wir verkaufen leute wie wo müssen wir die wolle verkaufen spinnerei ich denke mal schon wolle das baum wohl nachfrage aber wir müssen hier wolle verkaufen ja wolle spinnerei das heißt wir müssen auch dorthin und hier dementsprechend die wolle abgeben kriegen dann wollen wir das doch mal machen soll dann wollen wir das mal machen ich bin mal gespannt wir denke ich mal einiges an geld geben das mit sicherheit dann wollen wir heute insgesamt mal ein bisschen aufräumen hier den hof die zwei häxen die wir nicht mehr brauchen wollen wir weg geben den ballenwagen den anderen wollen wir weg geben ich denke mal das wäre optimal dann hätten wir nämlich noch ein bisschen aufgeräumt dann wenn man der nächsten vorgespräch morgen werden wir dann gucken dass wir noch mal silage schaufeln und verkaufen fahren und eben entsprechend noch mal gucken was den sonst machen können also wir müssen definitiv noch einiges tun das auf jeden fall das auf jeden fall so aber erstmal steht wolle verkauf an heute ne wolle verkaufen sie ist an erster stelle dass wir das auf jeden fall haben dann geld reinkriegen wir haben 20 uhr also so lange zeit ist heute auch nicht mehr ne müssen gucken was wir machen vielleicht machen wir das mit dem häxen mit dem ballenwagen auch noch morgen weil die felder sind jetzt auch erstmal am wachsen und die brauchen dann eine ganze weile bis der erntreib sind ne das mit sich hat das heißt dann haben wir wahrscheinlich morgen etwas mehr zeit nicht mal von aus um was zu machen aber na könnte auch nach hinten losgehen der gedanken ich weiß nicht wir werden sehen wir werden uns mal überraschen lassen hier erstmal wolle verkaufen 4000 liter wolle ist eine ganze menge aber aber wie gesagt sollte sich lohnen dann müssen wir voll verkaufen müssen hier vorne verkaufen was ja es müsste hier vorne gewesen sein hier irgendwo rein genau hier hinten müsste es sein ich meine ich bin der reise sind wir jetzt nicht so oft gewesen bisher da werden wir denke ich mal jetzt auf dauer mal öfters fahren aber kriegen wir hier ist voller verkauf kriegen das sollte klappen das ist relativ einfach eigentlich hier rein zu fahren denke ich mal aber werden wir machen das werden wir machen mal zurück setzen und wir ordentlich rein fahren damit der oasis verkauft wird nicht nur ein teil er geht nach und nach weg ne oder 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 etwa nicht anscheinend doch nicht ne ok dann müssen wir das anders machen ok dann müssen wir einmal abkoppeln einmal lichtern machen von mir aus ja der 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 punkt hat wahrscheinlich einen weg ich war von aus das ist der weinwagen vielleicht zu hoch ist oder sowas wo dann das macht dann keinen sinn hier ne das macht dann hier nicht wirklich viel sinn das steht hier in dem bereich drin wird aber nicht verkauft hier ne Mon послед das ist dass das ist null lol das ist Säger das ist echt unlogisch ambiente also problem von gewolle verkauf okay was in dem sprechen mal damit rechnen dass wir später nicht immer mal wieder probleme haben aber okay müssen wir schauen dann werden wir die wolle abheben wenn wir so ein paar frontlader machen das erstmal so per frontlader machen hier ist das hatte ist das vorne da vorne oder der verkaufspunkt da vorne kann das sein also was was ich jetzt festgestellt habe bei der bga das ist ein bisschen komisch mit den mit den stellen und jetzt bei der wolle auch okay versuchen wir es mal so so muss man so ne okay dann müssen dann müssen wir mal gucken wie wir es machen dann hätte ich eventuell eine idee um das vielleicht besser zu gestalten okay vorne war es jetzt verkauft obwohl es eigentlich gar nicht mehr das vorne drin war okay 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 na gut ich hätte jetzt eine idee wie wir es eventuell für uns einfacher gestalten könnten das wäre nur eine idee leute nur eine idee die teile ich euch aber mit in einer der nächsten folgen oder heute passt auf das wollen wir mal versuchen den kaufen war in grün kaufen mieten die mieten wir mal passt auf das werde ich jetzt mal versuchen ich weiß nicht ob es klappt aber wir können es zumindest mal versuchen obwohl probieren wir es heute von der zeit her wird es knapp werden ich muss heute echt zeitig schluss machen leider gefällt mir auch nicht aber geht nicht anders ne geht nicht anders müssen wir gucken wie wir es hinkriegen werden wir es schon irgendwie schaffen dann werden wir einmal zurück zum hof fahren ja werden wir heute nicht mehr schaffen ne das wird zu knapp das wird definitiv zu knapp werden für mich von der zeit her ich möchte es ja auch ordentlich machen mit euch zusammen ne das auf jeden fall aber wo ich die bänder losgemacht habe hat man gemerkt die ball die paletten sind rumgebacken deswegen will ich das auf jeden fall nochmal mit den ballen ausprobieren ob das bei dem bei denen genauso ist ne wenn man mal austesten müssen wir mal austesten leute das ist wichtig kriegen wir bei hin 82.000 haben wir gerade auf dem konto wird noch mehr dazu kommen klar aber kriegen wir hin ich werde heute zeitig schluss machen müssen leider das ist das wir holen jetzt noch das auto her und dann machen wir das in den nächsten folgesprächen morgen probieren wir es mal aus wir haben noch eine palette wolle im scharfstall drin und dann probieren wir das mal ne okay holen wir das auto her und dann war es das für heute ne heute wird gesagt kurze folge geht heute nicht anders sorry leute dafür aber ne das wäre jetzt zumindest mal eine überlegung ob das klappt ist jetzt die andere frage ne aber ich versuche es mal wäre vielleicht einfacher dann wäre vielleicht dann wesentlich einfacher leute ne der fährt ja auch schon zügig ne der fährt auch schon richtig zügig leute der fährt verdammt zügig ne oh ja leute ich glaube das könnte funktionieren ich glaube das könnte echt funktionieren haben wir sehen gut 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 Leute soo ja langsam wird es dunkel Leute ne kurz vor 20 uhr 20 vor 8 und ja ich würde sagen wir behalten wir halten hier die stelle bei ich denke mal von der aussicht her sollte das in ordnung sein ich danke euch fürs zusehen wir sehen uns morgen wieder morgen neue folge hier am start 20 uhr geht es weiter wir müssen bis dann erstmal servus und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.